ja okay wir müssen das einmal probehalber teilen ok 3 2 1 hat nicht ganz funktioniert wie weit war es entfernt wo ich war was ich jetzt eine sekundin schütteln ok ja los los perfekt so jetzt gehe ich hier durch was war nur flug ist komisch ich weiß nicht mehr was fluggeste war ja es gab doch mal diese diesen knopfen fluggeste er hat immer so ganz oft gesprungen ist dann das kuhle gehen das ist ein kurzer normalerweise die ganzen dinge und da auch noch ein mit schuldigen alte effekte neu aus geklappt zu haben die eigentlich wo auch Hauptsache Prozent in diesem Jahr auch endlich L aber die die sie hat gesagt genieße es so schnell du kannst fahrt du weißt genau was das wird oder Was denn? Das wird ein fucking Walljump. Ja, klar wird das ein Walljump. Oh, ich bin blau. Ah, okay, wir müssen das jetzt erstmal hier alles bunt anmalen, so. Also, Batch, Batch, komm. So, hier noch. Da noch. Da noch. Jetzt ist die ganze Wand blau. So, ne? Ist klar. Ja. So, jetzt setz ich... Nein. Jetzt setz ich da eins und da eins und jetzt müssen wir da durch. Das funktioniert nicht. Das funktioniert ganz sicher. Von Lukas, ihm höchstpersönlich getestet. Batch. Ja, hat sehr gut funktioniert, Herr. Herr Luke, ne? Held. Held. Ja, Herr Held. So nennen mich auch meine... Mein Freunde. Ähm, was war das? Ah, 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 ah. Nein, lass es, lass es, lass es, lass es, lass es. Lass es. Ja, jetzt verteil das nochmal über die Wand. Oh mein Gott, es wird zu geil. Es wird zu geil. Ja, ich freue mich jetzt schon drauf. Es wird zu geil. Es wird zu geil. Es wird so geil. Let's go. It's shit. Yeah. Es geht nicht. Du bist gestorben, deswegen sind das Protale, wenn sie jetzt geschafft. Du Dreckspuscher. So stirbst du bei sowas auch. Ich bin ja auch einfach nicht gegengesprungen. Warum nicht? Wir können ahnen, dass ich gegenspringen muss. Ich dachte, ich muss da nur gegenspringen. Wow. Wow. Das muss ich halt immer bewegen, den Menschen. Da warte erstmal bis ich genug. Okay, jetzt muss es ein reichen. Bam. 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 Das ist jetzt geschafft. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich. Einfach immer nur die Gegenwart von dem Verw sucf. Und einfach. Klack-Kannweg. ähm ähm es könnte jetzt den Effekt haben dass wir es nur eben so machen müssen Hauke sagt Japp abfahrt ich sprich da hätte was war ich glaube die ganze Zeit da vorne ich bin zu was am spring zu vermeiden ich werde springen nicht vermeiden da stand gerade welchen Tast ich drücken muss um Sprung zu vermeiden ich kann nicht so schön ich spring die ganze Zeit ja Lauf doch einfach von hinten geradeaus und spring einmal ab muss er nicht so jetzt läufst du er macht sich zum Sprung bereit 3000 Jahre hat er für diesen Sprung trainiert für die Goldmedaille die 10 cm bam und da fliegt er und er hat es geschafft bleibt mir stehen hier bleibt mir stehen hier High Five ja ja jetzt kommt auch noch rotes Gel nein es war ein Tanz ok was macht rotes Gel äh schneller sicher das wissen wir warum konnte warum konnte kein rotes Gel raus ach da hinten kommt es jetzt ok das wollen wir natürlich nicht Alter das ist echt tricky wow was hast du getan ok das war fast gut ah ok ich weiß was wir machen müssen ich wollte doch springen was hast du denn Alter pass auf so du gehst jetzt einfach da durch ja springst dann da ab kannst dann da nochmal springen kannst du nicht gegen die Wand springen hinten gegen deine hoch 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 ha 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 ich bin da hinterher gekommen was machst du denn wo soll ich denn gegen springen schick mich da nochmal rüber ne ich geh erstmal durch so ich meinte so wow was war das denn du bist gerade vorbei gesprungen Alter ich hab gar nichts gemacht ich hab dich vielleicht ein bisschen geschobst Dankeschön jetzt musst du doch da raus springen können und dann da gegen dieses Ding da oder ja fast gut so gehst du natürlich auch du gehst erstmal rüber vielleicht muss ich nämlich hier stehen bleiben ok jetzt haben wir da oben die Plattform das bringt uns aber nix ok 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 weil wir noch da oben hin müssen und dann irgendwie da oben warte mal kurz warte mal kurz du bist jetzt safe drüben ne ich mal innen den Portal weg woher vor Ort nein so viel dazu wir müssen ja noch irgendwas mit Speed machen hopf ok mit Speed bringt das zu viel da Speed hinzusetzen ne bringt das so viel da Speed hinzusetzen ne der kann ich auch gar nichts das bringt gar nichts das ist vielleicht umsetzen es gibt nur hier ist ja auch noch so ein Teil das habe ich sowieso noch nicht ergründet was das bringt da oben das hier so ja jetzt muss einer da draufstehen ja hier muss erst Speed sein ja und dann läuft er an mit extra Speed und kann da rauf springen das bringt uns aber alles nix weil hier oben noch ein Kubot liegt, die wir irgendwie kriegen müssen ja dann machen wir das einfach hier pass mal auf hier machen wir rot das kriegern Warte äh ja oder hier, da muss erstmal blau hin, genau da wo du jetzt bist wo du jetzt passt nein, ja, genau so und hier musst du dann dein Portal hinsetzen und da musst du dann rot reinschießen, ne? ist klar damit ich mit Anlauf da halt rein und dann ja, es geht natürlich übers blaue rüber ja dann mach ich jetzt erstmal das blaue nochmal ok warte ist noch nicht blau jetzt kannst du dann hab ich es sehen so gut ist, dass wir jetzt müssen wir hätten, muss er vielleicht da rauf Gott mal runter was bringt das? ja klar muss er darauf ja ok sonst kommen wir nicht rüber da kommt da trottsch sehr schön sehr schön so jetzt müssen wir das wieder irgendwie so machen, dass dass wir mit Anlauf dann da hoch springen, ne? ist klar ja, aber irgendwie müssen wir erstmal aufrufen, oder? ja, wir können das von beiden Seiten beschießen, also können wir, kann ich jetzt so machen und ich glaube so Deckel ah, 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 ne, ne, mach mal Mach du nochmal das, ja mach so machen wir das und mach du dann mal da das rote hin achso, ok, das rote hin natürlich, ja pass auf, guck mal dann Ja, wie kommen wir da drüber? Erstmal mache ich das jetzt weg hier. So, weg damit, ne? So. Du machst jetzt da ein Portal hin und da, bitte. So, jetzt wird das hier wieder blau, die Wand, ne? So. Ja. Jetzt holen wir uns gleich Anlauf, ja? Hier holen wir uns Anlauf, die ganze Zeit, ne? Springt dann ungefähr hier ab, springt dann sofort dagegen. So, und dann da drüber. Ja, aber wie kommen wir denn da hin? Weil, das ist ganz easy. Machen wir eben... So. Warte, 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 warte. Ja, mach du. Nein, so, natürlich. So. Dann muss da erstmal blau... Hier muss rot hin, genau. Und blau ist ja wahrscheinlich schon. Ja, bitte, mach mir den aus dem Sitz her setzen. Es muss hier noch rot hin. Warte. Jetzt bin ich voll rot. Gib's mir. Sehr schön. Fuck, jetzt ist blau weg. So, jetzt musst du das Ding wegnehmen. Nimm das rote weg. Dinge fürs rote weg. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt musst du das blau nochmal machen. So, und jetzt gib mir erstmal ne Öffnung, damit ich durch kann. Ich geb dir ne Öffnung. Hoffentlich ne verchromte, du. So. Und. Bam. Hat's geklappt? Ich bin so gut. Oh, so gut. So gut. Aber als du dort ankommst, werden sie eher historische Bedeutung haben. Boah, Alter. Das war nicht einfacher, ne? Nee. Oh. Die Demontage ist defekt. Kein Grund zur Sorge. Ähm. In gewisser, wenn auch für euch unverständlicherweise, ist es sogar nicht möglich. Ich bin hier raus. Nein. Also haltet euch bereit. Ich öffne jetzt den Kontrollschar. Ich bin hier raus. Nein. Geronimo. Rear Exhaust. Atlas. Alter. Alter, ich wollte nicht wissen, wo dein Arsch liegt, ey. Nee. Rear Exhaust, ey. Bäh. Mann, da kackst du, ey. Du kackst aus dem gleichen... Ich bin ein fucking Roboter, das können höchstens Schrauben sind. Das ist so öl, ey. Wenn du dünn Schiss hast. Ich wollte euch das ja schonend beibringen mit all dem utopischen Kunstmüll. Aber sie hat es nicht zugelassen. Hört mir jetzt genau zu. Wir sind nicht hunderttausend Jahre in der Zukunft. Das war gelogen. Es sind 50.000 Jahre. Nein, stimmt auch nicht. Ich lüge, wenn ich nervös bin. Es ist nur eine Woche. Nächste logische Frage. Warum bin ich nervös? Bin ich gar nicht? Noch eine Lüge. Wir stecken in Schwierigkeiten. Eine Woche später jede Menge Schwierigkeiten. Und ihr müsst unbedingt die Demontageeinheiten wieder in Gang bringen. Hält's Maul! Ja, ja, komm. Gut, die Demontageeinheiten sind repariert. Stimmt nicht, aber sie sind nicht mehr ganz zu kaputt. Da ist einer am ungewieses unvollständigen Testbereich. Wir sind nicht mehr. Mh. 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 Scheiße. Und mit diesem... Mh. 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 Bueno.